Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Games. Auf dem GOMMH war hier wieder mal ja nicht allein diesmal sind zwei fans sag ich mal dabei die beim nächsten dabei werden ich mache es ab jetzt immer nach dem nächsten eine Runde so bei wie es sagt das war team erlaubt lobby und ja da geht es ja auch gleich nach außen aber ich kann nicht rausstehen so die kennen sich natürlich mit dem apps aus ich kenne mich nicht mit dem apps aus standards für mich natürlich waren könnte ich nicht mit dem apps aus so ich hab schon hier ein stein okay ein stein ein stein und die gibt sie in Kettenrüstung kommt mit auch diese Pepsi ist schon ein bisschen nicht so gut ja ja ich habe eine Leistung gemacht noch mal so kürzendreten und ich habe ja das ist immer nicht so erfolgreich weil ich nicht über die Konto aufnehmen konnte wie geplant aber ja habe ich mir gedacht weißt du wenn es jetzt schon wo nicht geklappt hat dann sollte ich lieber mal gleich hier zwei gehen ist mit den fans und das hätte ich habe jetzt auch öfters machen so jetzt habe ich auch noch eine bessere Rüstung wo das gefällt mir das gefällt mir das gefällt mir das gefällt mir ich weiß nicht ob die anderen noch leben ich hoffe mal und wo sind die denn also wenn die leben wo sind die sind beide schon tot das könnte gut möglich sein ich gehe mal auf den turm hier nein ja sorry okay ich glaube man ist gestorben auch der wird verfolgt jetzt zu zweit auf den der geht uns der gehört uns der gehört uns der gehört uns der gehört uns keine chance keine chance ich weiß nicht ich habe ja wo man habe ich jetzt habe ich jetzt viele feine ich weiß nicht er könnte vielleicht irgendeins brauchen das mädel die gibt mir auch alles das habe ich habe ich ein braues mädel gefunden hier das ist unsere twitch mod vor allem deshalb denke müsst ihr die eigentlich schon kennen beziehungsweise müssen ein paar von euch schon kennen die beim livestream vielleicht nicht immer dabei sind sage ich mal so oh ja der zeigt seinen Arsch da für mich gleich wieder weiter da 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 ist die kiste okay da habe ich was für dich da habe ich was für dich da habe ich was für dich da ein helm ein eisenhelm der die bm werde gibt dir ein eisen da ist noch eine kiste ich habe aber schiss dass sie mich umbringen wir sind in einem team erlaubt lobby also dürfen wir kämpfen so schauen wir mal jetzt nach wir müssen eigentlich jetzt ein gegner wenn ich schlecht aber da ist einer da ist einer der gehört mir der geht uns der geht uns der geht uns so wo ist überhaupt der andere wo ist denn unser sergeant da ist unser sergeant ich bin sehr weit hinten geblieben so den einen habe ich umgebracht der ist tot nehme ich mal die items ich brauche lieber die erste unter die ich jemals in meinem leben gewonnen habe ich nehme die rüstung hier für den lieben herrn sergeant ne der sergeant ich hätte aber jetzt sergeant nennt das müssen wir finden nur das ist ein bisschen ungefähr gewesen ein dreier teams zahlen wurde von online der sergeant wurde von ding umgebracht online der der wird jetzt jetzt kommt rache rache ist süß 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 wie gesagt leute jetzt geht es noch mal hier jetzt geht es noch mal ab ganz genau in der mitte Die Spannung steigt Der andere Oh, ja, man, Alter Good Game, richtig geil, Alter So, geht noch eine Runde Noch eine, noch eine Äh, wie viele Herzen? Boah, ich hab noch 6, Alter das ging aber gut das war gut das war echt gut die wunde hat geboxt naja weil ich team hatte damit nicht geholfen die runde hat echt sehr geboxt muss ich sagen das war die erste mal leben die ich gewonnen habe das war es auch mit so weit wie games ja bisher wenig geredet weil ich konnte sie haben wohin die laufen und so aber ich sag mal und dann glaube ich gleich noch eine runde das dann gleich zwei drei zwei wegen sonnen aufnehmen vor posizieren ja 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 mal so ja schreiben so okay das was ist mit der runde für alle die auch mal dabei wollen bei meinen aufnahmen vielleicht könnt ihr auch mitreden dafür müsst ihr einfach nur eine leistung samstag dabei sein ich sag mal bis zum nächsten oder wiedersehen das war dann eine neun minuten folge und jetzt kommt dann noch ein bisschen vielleicht sogar länger oder kürzer wie du würdet ihr sehen bis ja gleich oder bis morgen oder übermorgen man kommt nichts übermorgen bis übermorgen